Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Alles Lob gebührt Allah. Ihn rufen mir um Hilfe, ihn bitten mir um Vergebung und nehmen unsere Zuflucht zu ihm vor unseren eigenen Übel und vor unseren schlechten Taten. Wenn Allah Recht leitet, der kann nicht von einem anderen Irre geführt werden. Und wenn Allah Irre führt, der kann nicht von einem anderen Recht geleitet werden. Ich bezeuge, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah, dem Alleinigen, der keinen Partner hat. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Die folgende Lesung ist ein Auszug aus dem berühmtesten Werk des gelehrten Malik ibn Enes, eines der frühesten, heute noch erhaltenen Hadithwerke. Wie Imam Ashafi sagte, die Muwatta ist das authentischste Hadithwerk. Allerdings ist hinzuzufügen, dass es zu dieser Zeit die zwei Sahihwerke von Bukhari und Muslim noch nicht gab. Die Muwatta enthält insgesamt 1800 Überlieferungen und setzt sich aus einer Sammlung von Hadithen, Aussagen, Rechtsgutachten und Entscheidungen der Prophetengefährten sowie Aussagen und Rechtsgutachten der darauf folgenden Generation und Rechtsgutachten des Imam Malik sowie späterer Gelehrte zusammen. Das Werk kann als die erste Formulierung des islamischen Rechts bezeichnet werden, welche auf der Herangehensweise des malikitischen Rechtsverständnis beruht. Dieses beruht darauf, dass wenn es keine eindeutigen Koranverse oder Hadithe des Gesandten Allahs Segen und Frieden auf ihm zu einem Thema gibt, so wird die Handlungsweise der Leute in Medina, das heißt der Generation von Muslimen in Medina, der ersten Generation betrachtet und sich daran angelehnt. Dies wird damit begründet, dass die meisten Prophetengefährten in Medina wohnten und das Wissen auf vielfachen Wegen in der Anfangszeit des Islam dort von einer Generation zur nächsten getragen wurde und somit ein hoher Grad an Bewahrung der reinen Form des Islam im Verhalten der Menschen in Medina gegeben war. Imam Malik korrigierte und sortierte sein Werk über Jahre hinweg. Daher gibt es mehrere Überlieferungen der Muatta, die sich zum Teil geringfügig im Aufbau unterscheiden. Die Muatta wurde von seinen unmittelbaren Schülern rezensiert und weitergegeben. Am bekanntesten ist die Rezession von Yahya ibn Yahya al-Alaithi, die auch mehrfach nachgedruckt worden ist. Für die Wichtigkeit dieser Rezession spricht die Tatsache, dass sie in der malikitischen Rechtsgelehrsamkeit am häufigsten kommentiert wurde. Abu Muhammad Yahya ibn Yahya al-Alaithi ibn Kethir ibn Wislan ibn Shamal ibn Mangaya war selbst maßgeblich für die Verbreitung der malikitischen Rechtsschule in Andalusien verantwortlich. Er wurde in der Gegend von al-Khethiras als Sohn einer berberischen Familie des Masmuta-Stammes geboren. Al-Alaith bezieht sich auf einen arabischen Stamm, dessen Mitglieder für die Annahme des Islam, seiner Vorfahren im heutigen Marokko verantwortlich waren. Islassen ist der Name der Berber und bedeutet der Hörende. Sein Großvater hatte an der muslimischen Eroberung Iberiens durch Tariq ibn Siyad teilgenommen. Yahya ibn Yahya al-Alaithi reiste schon in jungen Jahren in den Osten des Islamischen Reiches und studierte bei Malik ibn Enes. Nach seiner Rückkehr nach Andalusien konzentrierte er sich auf sein wissenschaftliches Werk. Als Mitglied der sogenannten Shura hatte er einen enormen Einfluss auf die Nominierung von Rechtspositionen. In seiner Rolle als Mitglied der Shura kam er in die Nähe des Herrschers von Andalusien, der von seiner Intelligenz und Autorität in islamischen Angelegenheiten beeindruckt war. So wuchs er zum einflussreichsten Mitglied der Shura heran, was ihm die Möglichkeit gab, Richter zu ernennen, die auch die malikitische Rechtsschule favorisierten. Am Ende seines Lebens war die Meriki-Schule die wichtigste in ganz Andalusien. Die Muwatta umfasst insgesamt 61 Kapitel oder Bücher und teilt sich in die übliche Gliederung islamischer Rechtswerke auf. Das vorliegende übersetzte 18. Kapitel Buch des Fastens ist ein Teil bzw. Kapitel oder Buch des Gesamtwerks und beinhaltet je nach Ausgabe ca. 60 Überlieferungen.